Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpften. Die Mission lief nicht wie geplant. Was transportieren wir diesmal, Grace? Ich müsste dich töten, wenn ich dir das sage. Ich wette, das würde er auch. Es ist wie eine Milchlieferung, Jungs. Waffen für die Guten. Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier. Versaut es nicht, dann regnet es Boni. Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid. Jep, 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 jep. Shepard wartet auf einen Bericht. Lasst ihn nicht hängen. Ende. Drei Container. Ganz schön viel Milch. Dürstige Freunde. Shadow 2, ein Gold-Igel-Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7, Zulu. Keine Probleme. Kommando. Okay. Liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen. Igel Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Ericsson. Was ist los? Da ist dein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Graves, Vance. Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Das gefällt mir nicht. Sein Arabisch ist furchtbar. Die Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus? Dann ist die Paolo los. Helft ihm schon. Was zum Henker? 3-1 ist tot. Feuer frei, die Paolo. Wer zum Henker sind diese Typen? Zurück, zurück. Alle Einheiten, Gruppen in Kontakt. Stehen unter Beschuss. Mehrere Tote. Kontakt hinten. Scheint jetzt die Bedrohung aus, Dados. Ihr Gold Eagle Formatlo, verliert die Fracht auf keinen Fall. Augen hoch, in die Gebäuden. Auf den Jast. Raketenwerfer. Wir sind hier weg, los. Wir sind im Krieg. Wir sind überall. Wer sind, wer sind sie? Romano, er bitte reingreif, Trofa. Negativ. Wir kämpfen mit den Waffen, die wir haben. General, sie brauchen Hilfe. Sie sind meine Hilfe. Kümmern sie sich drum. Das sind russische Seudner. Was in der Hölle treiben die da draußen? Alle Einheiten, die haben russische Seiten hier draußen. Russische, was? Die Feinde sind russen. Kümmern sie sich drum. Wir sind die Dumpf, Grae. Wir sind die Dumpf, Grae. Wir brauchen Verstärkung. Was in der Hölle treiben die da draußen? Alle Einheiten, die haben russische Seiten hier draußen. Russische, was? Die Feinde sind russen. Kümmern sie sich drum. Wir sind die Dumpf, Grae. Wir brauchen Verstärkung. Kommando, meine Jungs werden durchlöchert. Sie brauchen Luftunterstützung. Können wir nicht, Grae, so kassistisch. Mist, runter. Genau. Klatschen. Vance. Wie ist euer Status? Fuck. Erickson, ihr Grave. Wo stehst du? Fuck. Vance. Die Frau Olo! Hör dir mich! Janul, ich brauche einen Helium, der los. Meine Männer sind in Gefahr, Sir. Ich will die Situation halten. Das heißt, keine Berichte über diese Operation. Janul, meine Männer leben von russischen Söldnern... Grave! Die Situation ist nicht unter Kontrollen. Sie haben den... Die Russen exekutierten den ganzen Trupp und fingen die Shadow-Kommunikation ab. Sie erfuhren, dass Shepard dahinter steckte. Russland gab die Raketen Hassern. Shepards Absichten waren gut, aber die Lieferungen waren illegal und unter der Hand. Er und Graves begruben es. Die Vertuschung ist immer schlimmer als das Verbrechen. Wir kamen ihm zu nahe und das würden sie nicht zulassen. Drei Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur zwei gefunden. Hassern hat noch eine. Wir müssen sie finden. Desmond, die Lauf ist so schlecht. Es f Lokal hat den Tränenbrance observerer platesen cries. Sie hat es im Felsenbremlich. Die Lauf ist eine Maske, die wenn sie danach verbauen. Drei Raketen immer wieder, dass ich ihn zeige. Dann puts es gut sein.